Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. In den Galaxien und das Gepiepe geht mir jetzt schon auf die Nerven. Kennen wir ja. Ach, ist ein Brief von Luigi. Ach schön, das können wir dann gleich machen. Können wir uns gleich widmen. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Lakitu hatte gerade noch eine Hand frei. Konnte mir aber nicht helfen. Von Luigi. Was das für ein Ort ist? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, rücke Plus, um den Pausebildschirm aufzurufen. Dann wähle das Briefsymbol, um das Foto zu betrachten. Gut, mache ich doch gleich mal, weil ich habe das Bild nämlich schon wieder... Ja, das... Oh Mist, wenn man sich in Galaxy 1 nicht auskennt, ne? Boah, ich habe leider gerade überhaupt keine Ahnung, wo das sein soll. Ähm... Das müsste aber... Doch, doch, das kommt erst... Ja, doch, 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 warte, 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 warte. Da ist was, da, da, da klingelt was. Und ich meine nicht die Tür. Das müsste... Hier war ja der Anfang. Das müsste hier vorne sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Wird das angezeigt? Also ist da irgendwo so ein Luigi-Icon? Irgendwas in der Art? Irgendwie... Something like that? Sprich, wenn ich mir jetzt hier die Galaxien angucke, dass ich dann... ...eine Art Hinweis bekomme. Ne, bin ich falsch. Tatsächlich. Okay. War das doch schon eher? Okay. Weil die Küche ist es auf keinen Fall. Oder? Spiel Galaxy halt zum ersten Mal, ne? Aber gut. Es ist blind, ne? Ich hab's ganz zu Anfang gesagt. Und ich sag's auch gerne wieder. Dieses Let's Play ist blind. Ich kenne nichts von Galaxy. Eins. Ich weiß. Schande über mich. Aber ich hatte's als Kind nicht. Und ich fand Galaxy 2 damals besser. Deswegen, äh, ja. Das... Ja! Da. Sehr gut. So mindestens konnte ich mich an die Galaxie erinnern. Das ist ja schon mal viel wert. Äh, da. Fliegbienen Mario. Dö, 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 dö. Hat man Luigi schon gesehen? Ich hab mir grad mal ganz heimlich einen Schluck getrunken. Ähm. Okay, Sternteile? Du, dö, 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 dö. Luigi hing doch hier am Baum, oder nicht? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Warte mal. Ich seh den aber nicht. Huh! Ist das per Bewegungssteuerung? Bitte nicht. Okay. Muss doch irgendwo sein. Kann ich... Hallo? Geht mal weg hier. So. Sternteile. Frische Sternteile. Kann ich mir das Foto trotz... Ich kann mir das Foto trotzdem nochmal ansehen. Okay, bei einem Brunnen. Hier ist ein Brunnen. Also muss ich da oben hoch? Seh ich das richtig? Oh. Ähm. Komm ich da zufällig? Kann ich? Okay, das funktioniert nur so mäßig. Aber er hängt doch hier irgendwo am Abhang. Muss ich da rein? Ne. Kann ich nicht. Ich, äh, schnapp mir mal... ...hier den, den Bienenpilz. Ja, das hat super funktioniert. Wow. Mario, ich bin schwer enttäuscht. So. Wasser... Wasser nicht berühren. Wasser schlecht. Da oben. Ja, warte. Muman... Muman geschickt anstellen. Muman. Das ist altgriechisch. Hallo, ich... Achso, warte. Das könnte auch klappen. Oh. Nee. Wie soll man das denn machen? Oh. Mario. Mario, bitte. Mario, bitte. Plie... Ey, bitte. Ich muss... Ich... Das tut mir leid. Ich muss mir nochmal dieses Bild anschauen. Der hängt... Achso. Ich bin... Hm. Der hängt hier vorne irgendwo am Baum. Aber hier ist keiner. There is no tree. In this area. Some... Somewhere... Some... Irgendwo. Ich find die Kamera manchmal so... Bescheiden. Laut dem Bild soll hier irgendwo ein Baum sein. Aber wo? Wo? Dein Ernst? Mario, dein... Wow. Also manchmal... Oder ist der... Ist der Baum? Ich weiß es nicht. Geh weg. Hast du irgendwas mit Steckdosen? So, wie komm ich da jetzt am besten hoch? Ich versuch's jetzt mal hier rüber. Warum kann ich die Kamera nicht drehen? Das funktioniert nicht. Ich will die Kamera drehen können. Spiel! Was ist so... Was ist so schwer daran? Ja, das ist, wenn man ein Spiel nur emulieren lässt. Na dann, klar. Obwohl, andererseits, Texturen und alles haben sehr... Und Icons haben sehr auch verbessert. Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie... Ich will... Ich will auch einen verdammten Rückwärtssalto machen können. Also irgendwie fehlen mir hier in diesem... Suit, in diesem Bienen-Mario-Kostüm... ...die Möglichkeiten. So, und es kann nicht sein... Na, komm! Mario, bitte! Ach, weißt du was? Ich geh hier gleich wieder nach Hause. Kann doch nicht angehen hier. Welcher Baum ist das? Der müsste doch hier stehen! Der müsste doch... Also, der... Oder bin ich doof? Sieht man auf dem Bild... Da, den Baum hier. Den sieht man. Da müsste der Baum irgendwo hier sein. Hier, aus diesem... Was? Ach, lass mich doch in Ruhe! Der müsste hier stehen! Hier wachsen! Aber das ist nicht der Fall! Und da hoch komm ich auch nicht. Ah, das ist doch alles... Das ist... Also... Weiß ich nicht. Bin ich doof? Sagt mal. Jetzt mal ganz ohne Mist. Ich kann da auch keinen... Kein Wandsprung und nichts machen. Oder ist dieser Baum da gemeint? Aber wie kommt man denn da nochmal hin? Das muss doch irgendwie gehen! So, jetzt bin ich hier. Das nützt mir aber gar nichts. Lasst mich in Ruhe. Ne. Hilft mir nicht. Oh, das könnte klappen. Nein! Nein! Ach Gott! Das ist doch ganz ehrlich. Das könnte klappen. Äh, äh, äh. Ich muss gleich nachgucken. Also, wenn dieser Baum... Dann müsste der Baum irgendwo hier stehen. Aber das tut er nicht. Hier ist nichts. Ich find ja nicht mal den Baum. Es geht ja nicht mal, dass ich Luigi nicht sehe. Es geht darum, ich... Dieser Baum ist nicht existent. Der wurde da rein gephotoshoppt und so. Jetzt ist die Biene nicht da. Also, na. Äh. Hm. Herzlich willkommen beim unterhaltsamsten Let's Play 2000. Weiß ich nicht, wann das kommt. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. So. Jetzt nochmal. Runde 2. Oh, ich kann die Kamera wieder freien. Nein! Nicht, 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 nicht. Nicht übermütig werden. Okay. So. Jetzt geht das wieder nicht. Warum geht das? Achso, weil ich von da oben... Ja, ja, okay. Von der hier. Das ist nicht dein Ernst! Nein, ich bin die Ruhe in Person. Oh. Ist es denn wahr? Ne. Nein. Ich hätte es geschafft. Aber dieses kleine Mist wie ich, hat mich runtergeschubst. Nein. Nein! Kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Furchtbar. Ganz furchtbar. Du kleines... Was? Du Idiot! Aber, 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 oh, oh, das Foto war scheiße. Ja, sorry, ich bin doch nicht so gut in Photoshop. Ja, ist dieser Riesenkäfer weg? Dann lass uns den Powerstern nehmen und nichts mehr weg von hier. Oder die denn jetzt her? Ja. Für mich ist er. Ja. Und hier. Ja, ich bin auch nicht so gut in der Tat. Ja, ich bin doch immer wieder. Lesen kann er auch schon nicht mehr. Ja, speichern, bitte. Ich hab den da nicht gesehen. Und der Baum sah nicht aus, als würde er da oben stehen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? So leid es mir tut. So, äh, ich hab gelernt, man kann, das ist mir nur nie aufgefallen, es gibt die ein oder andere, vielleicht nicht unbedingt sichtbare Abkürzung, ne, hier in der Sternwarte. Auf der Sternwarte, okay. Ach ja, wir haben ja jetzt den Maschinenraum freigeschaltet. Ja, 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 aber hier waren wir meines Wissens nach nicht fertig. Soviel dazu. Also hier sind zwar noch drei Galaxien, die, äh, nicht komplett sind, aber aktuell gibt es hier nichts zu holen. Gut, dann betreten wir doch mal den Maschinenraum. Wie komm ich denn da jetzt am besten hin? Okay, ich glaube, das ist zwar nicht der offizielle Weg, aber das sollte funktionieren. Ah, hier. Sehr gut. Warte mal. Hier geht's zum Maschinenraum. Jo, jo, jo. Danke. Aber da oben ist noch was. Und da auch noch. Hä? Okay, noch nicht freigeschaltet. Aber was haben wir denn hier? Wenn du nach unten willst, stell dich hier drauf. Ah, okay. Das ist der, das ist der Rückweg. Ja, aber kann ich mich nicht einfach darauf stellen? Ja gut. Egal. Kann uns egal sein. Na, 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 na. Dann betreten wir nun den Maschinenraum. Ah, wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt so hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Nein, überhaupt nicht. Nein, war ja bisher noch nie der Fall. Was mit ihm? Ah, und ein Tag. Ab hier wird es richtig schwer. Viel Glück. Bitte was? B-b-b- Was? Ähm. W-wieso? Warum? Ähm. Okay. Ich widme mich erstmal dem hier. Schädelheigalaxie. Das... Ja? Ähm. W-wieso wird es... Ähm. Ich hab Angst? Der Stern und die... Skeletthaie. Skeletthaie. Bitte was? Der Planet kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Willkommen in der Galaxie. Ja, ist ja nichts Neues. Oh-oh. Ähm. Mie. Alter. Boah, sieht der gut aus. Aber ein süßer ist das nicht. Sag mir nicht, ich kann keine Luft. Okay, Gott sei Dank. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich den besiegen muss. Okay, hier gibt es zur Not auch Luft. Der hat sich bis jetzt noch nicht großartig... Ja, ich sag mal, gewehrt. Oder angegriffen. Ja, 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 ja. Aber ich wette, sobald ich dem einmal irgendwie einen auf die Mütze gebe. Huh. Okay, das funktioniert schon mal gut. Wird der aggressiv. Wo muss ich den denn treffen? Der hat Narben. Sehe ich gerade. Ejo. Ja, natürlich. Jetzt holt er noch seine Kinder. Warum sieht... Ja, 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 ja. Warum sieht dieser... Innen... Ja! Innenplanet eigentlich so aus, als würde er jede Sekunde explodieren. Würde mich auch mal interessieren. So. Mit dem Panzer bin ich auf jeden Fall schon mal... Yikes. Okay, da ist eine Münze drin. Das lass ich mal. Ich hätte ganz gerne erstmal wieder Luft. Dankeschön. So, und jetzt. Wo bist du, Kollege? Äh, äh, äh! Nein, hier gibt's keinen Maxi-Pilz. Nein, 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 nein. Ich, ich, hallo, ich, ich hätte, hallo, Spiel, ich hätte den ganz gerne, weil man weiß nie. Spiel! Ist das furchtbar? Aber ich hab die Wasser-, also die Unterwassersteuerung, die hab ich schon mal. Sag mal, ist das dein Ernst? Ja, ja, ja. Das hatte jetzt Priorität. Diesen Kampf gibt's mit Sicherheit auch noch auf Zeit. Mit Sicherheit. Und dann ist da noch irgendwas in dieser Kiste, ne? Ja. Nein, Mario, nach unten bitte. Dankeschön. Nein, nein, nicht getroffen. Mist. So früh gesehen. Sag mal, jetzt hör mal auf hier! Oh, der ist ja viel schneller. Ist der eigentlich zielsuchend? Oh, das war ein guter Treffer. Nein, ich will die Münze haben. Ah, Mensch. Wow. Wow. Das hat sich so... Wow. Nee, also ganz ehrlich. Wow. Das ist echt erbärmlich. So, ich nehme mal an. Oh, aber ich hab das Ding getroffen. Ja, da will ich nicht rein. Was passiert, wenn ich mit dem an die Oberfläche komme? Schmeißt er den dann weg? Nee. Das, das finde ich schon mal gut. Ja, okay, okay. Treffer und Gegentreffer. War's das schon? Äh. Hm? Das war's schon. Klar. Lass mich in Ruhe. Respawnen die Panzer eigentlich? Ich hoffe, ne? Weil rein theoretisch... Dann müsste man ja immer treffen. Das geht ja gar nicht. Okay, er ist auf jeden Fall schneller. Nein, jetzt nicht. Nein, 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 nein. Oh, oh. He's coming! Oh, oh, das war ein Treffer. Ein sehr guter Treffer. Wow. Wow. Okay, der Robot hatte recht. Alter. Alter. Ja, doch. Ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen, um ehrlich zu sein. Aber das war noch gar nichts, ne? Das war noch gar nichts, was den Schwierigkeitsgrad angeht, ne? Das war noch absolut gar nichts. Da kommt noch irgendein Komet. Irgendein Risikokomet. Entweder auf Zeit oder mit einem Lebenspunkt, mit einem Kraftpunkt. Irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finden würde. Was? Ich hab, ich hab nichts gesagt. Ich hab gar nicht, nein, ich hab nichts gesagt. Boah, wie geil. Das Spiel verschont mich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Respekt. Also, so wie ich das Spiel kenne oder kennengelernt habe, hätte ich gedacht, dass da noch irgendwas kommt. Auf Zeit oder irgendwie sowas. Aber dass die Galaxie jetzt schon abgeschlossen... Wow. Hätte ich nicht mit gerechnet. So, aber einer Galaxie wende ich mich heute noch zu. Wende ich mich zu. Ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach, weil... Herbstwaldgalaxie. Das klingt schön. Das klingt beruhigend. Und deswegen stopfe ich das jetzt noch mit in die Folge. Was die Mondhasen suchen. Mondhasen. Oh. Was sind denn Mondhasen? Oder sind das... Ach, das sind die normalen Haar... Okay, ja. Ich wusste nicht, dass die Mondhasen heißen. Das ist die Dingensgalaxie. Nur in anderer Ausführung. Oder? Also, es existiert auf jeden Fall... Ja, einer... Ja, wie sagt man? Es ist verwechslungsreif. Das ist ähnlich wie geschlechtsreif. Ähm, nee, wie sagt man? Es sieht immer auf jeden Fall sehr ähnlich, ne? So, was hast du zu sagen? Wir Hasen suchen nach blauen Sternenchips. Aber wir finden keine. Och Gott. Die heißen Sternenchips? Also, Chips esse ich in der Regel. Also. Außer man lässt sich einen anpflanzen. Also, nein, einpflanzen. Kommt heraus, Sternenchips. Jetzt fehlt nur noch, dass er einen Pokéball wirft. Ach, da haben wir doch schon mal einen. So, number uno. Dann da oben... ...ist der zweite. Ne, da komme ich so nicht ran. Oder? Ne. Muss ich einfach nur... Ist es das, was das Spiel von mir will? So, alles klar. Das? Hallo? Ich könnte schwören, ich habe die blauen Sternenchips hier irgendwo gesehen. Wow, du bist echt... Wow. Das schwarze Schafe in der Familie. Aufgrund des schlechten... ...Schulabschlusses. Was war das denn? Ah, da kann ich hoch. Hui. Äh, aber nicht so weit. Hallo? Wo sind die Sternenchips? Chips. Chips. Nächst Chips. Da. Da, 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 da. Aber einen Power-Up gibt es hier nicht, ne? Ich meine, gut, welches auch, ne? Was, was, was? Ich kann den Sternenchip riechen. Habe ich denen nur noch einen Akzent gegeben. Ich muss niesen. Oh, nicht gut. Ich weiß, ich muss... Ach, du heilige Scheiße. Ich muss das ganze Jahr über nicht niesen, ne? Aber jetzt, ne? Wo ich am Aufnehmen bin, ne? Da, da, natürlich, klar. Was, was, was? Die suchen irgendwas. Ja. Okay, einer fehlt noch. Where it is. Ha, Kamera. Sei doch nicht so. Das ist... Das kann tödlich enden. Ach, hier komm ich nicht hoch. Okay. Okay. Achso. Da war ein Sternteil. Ach, doch. Ach. Ach, okay. Ja. Irgendwann stempfe ich den Baumstampf in den Boden. Irgendwann? Oh. Oh. Dass das funktioniert hat. Ich meine, gut, mir konnte ja nichts passieren. Da ist ja Wasser. Und das Power-Up ist ja auch jederzeit wieder einsambar. Äh, einsambar. Hm. Ist verwandt mit einsam. Das Power-Up fühlt sich leider sehr einsam. Es hat keine Freunde. Das tut mir leid. Aber warte, jetzt komme ich da ran. Wenn nicht die Kamera nur besser dreht. Drehen könnte. Von diesem Planeten kommen oft zu Besuch hierher. Warum habe ich den jetzt gesprochen wie die Hasen? Ich weiß es nicht. Wird der hier nicht? Nee. Passiert ja nichts. Okay. Manchmal fressen die einen. Also in Galaxy 2 war das. So. Ab und zu. Nein. Nein. Ja. Ich. Ja. Ja. Passiert ja nichts. Passiert ja nichts. Boah. Er mordet. Uh. Sternteile. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Sternteile in Galaxy 1 nicht so von relevant sind. Nicht so von relevant sind. Ja. Nicht so relevant. Ne. Das ist auch wieder falsch. Ja doch. Nicht so relevant sind wie in. Oh. Wie in Galaxy 2. Da gab es ja auch die Gourmet Luma auf der. Ja. Wie sagt man? Auf der Weltenkarte. Also nicht Weltenkarte. Auf der. Wie hieß das? Sternenkarte? Ne. Hier gibt es die nur in den Galaxien. Und davon sogar recht wenig. Glaubst du, du kannst mich fangen? Ja. Na da 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 da. Da 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 da. Na 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 na. Bleib doch. Bleib doch mal stehen. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich wenigstens einen Waldsprung machen und so. Ich kenne halt leider seine Route nicht, ne? Na da 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 da. was ist das denn was ist das und wo wir sind moment er kommt zurück und nicht ins wasser dann werde ich langsamer wow der sprung war gut beim nächsten mal wird das aber anders laufen glaube ich nicht sind da sternteile drin was sind das für mysteriöse blöcke die sind wohl schön die sind die glitzern so schön super wow elf münzen das ist Weltrekord gut ja das war es dann für heute vielen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis dann bleibt dran ciao